Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit Dalu, Kundran, Sachsen, Let's Player und Tau Tau. Hallo, guten guten Tag. Ich brauche euch nach Franzosenrunden. Auf geht's. Auf geht's. Der Regen hat jetzt schon Angst, der kann nicht mal wählen. Ja? Achso, hier. Ja, Exoniak. Aber die müssen nicht so sortiert sein. Achso, eben, das ist immer so durchsortiert. Nach dem Scoreboard. Mhm. 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 Aha. Ach so. Ja, ich hab's schon verstanden. Ah, das ist gut. Malz hat übrigens, ich dachte es wäre ein Scoreboard zu dir. Ich glaube, der Kahn konnte nicht mehr auswählen. Da hängt noch um vorgehendem Ladebildschirm. Das ist durchaus möglich. Wegen wem laden du noch? Ja, den Gegner. Ein Gegner. Ein Gegner. Ich hab jetzt nicht da. Boah. Was macht denn der, ey, das ist ja krass. jetzt noch vorne ist runter bestimmt so das ist krass Folge müsste eigentlich nach der... nach der Dreamhack kommen, oder? Wie hat's euch gefallen, die Dreamhack? Schreibt es hier die Kommentare. Naja, Spaß, ich soll einfach mal disconnecten. Warum es nicht einfach eine Zeit gibt, die er hat, und dann wird er gekickt. Dazu aufwendig zu programmieren. Macht ja aber auch keinen Sinn, weil dann spielt das Team noch 4 gegen 5, das ist ja auch nicht Sinn. Aber, das ist ja so auch, naja, suboptimal. Näh! Oh, er hat nichts geladen gekriegt? Was ist? Was? Oben, Tau, Tau. Ja, ich mach die Kameras, ich bin Twitch. Man, das Aufgabe einer Twitch-Spieler ist, ich sag die Kameras mal. Kost, Kavera. Noch 5 Sekunden. DÖ! Kavera in Richtung Bahrain unterwegs gewesen. Was brauchen wir denn? Haben wir alle Kameras? Außen noch nicht. Außen noch kein Anzeiger. Ich hab eine auch. Beim Kaffee, die haben jetzt Glück gemacht. Irgendeiner, der hier aufmachen kann. Beide, bitte. Wo möchtest du auch? Beide Dachluten. Ähm, ja, oder so. Haben wir da einen anderen, der Dachluten machen kann? Nein, außer es hat einer Breach. Ich hab Breach-Statsch dabei. Ich auch. Ich komm wieder hoch. Da hör grad nichts. Anders kannst du kurz da weggehen, ich würd gern durch die Wand schießen. Da hörst du kurz drüben aufmachen. Dann. Verrückt. Das heißt drüben. Na bei dir die Dachluten. Mach erstmal hier auf. Außen. Okay, in den Raum selber nix, wo gerade die Tür aufgegangen ist, aber hinter dem Schild hockt Echo. Das im Bad, was markiert ist? Nein, das ist der Gang. Okay. Ist Echo. In wo? Garage. In der Garage. Bad ist was. Warte, es sei noch rein, gerade. Wann bist du hier nicht rein eigentlich? Ich geh halt hier rum, weil Garage aufgeschossen ist. Da ist Echo. Da ist maximal zwei im Raum. Da ist Echo. Echo ist down. Ich bin gesportet. Badezimmer. Ich reingehe, nicht reingehe in Sachse. Badezimmer. Nein, von hinten Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Treppe ist Kavira. Äh, nicht Kavira. Ja, Kavira. Kavira kommt von der anderen Seite. Bin gefallen. Er wollte sie noch auffangen. Komm her. Hinten an die Brust gefasst er. Komm her. Wer war das? Wer wollte sie angrabbeln? Hä? Der Brasilianer natürlich, würde ich jetzt sagen. Aber wer hatte den? Tautau, oder? Aber habe ich nicht gesagt. Tautau hatte den, oder? Was denn? Macht man nur in den Favela. Wer wollte die angrabbeln? Dalu. Ach, Dalu. Dalu wird von hinten an die Bubis fasen. Du Schlinge. Ja, ja, ja. Seitdem du in Sachse bist, bist du auch so richtig schlimm drauf. Ich bin voll in der Brasilianer-Rolle aufgegangen. Das macht man dann. Einfach hingehen und von hinten an. Oder halt die Brieftasche aus der Tasche. Dabei. Wichtiger Bestandteil. Nein, ist natürlich nur Spaß. Ja, klar. Es soll nämlich auch Brasilianer geben, die ja jetzt schon Internet haben. Und das soll ja jetzt nicht prassistisch überwachsen. Alter. Wird schon eine Daune? Wenn die das hier gerade auf der Playstation 2 gucken, dann mach ich da jetzt nicht irgendein Strick draus drehen. Deswegen gucken wir noch mal. Nein, ist nur Spaß. Nein, ne? Nein, ne? Nein, ne? Nein, ne? Die Wandhole verstärkt! Setting up the wall from that. Irgendwer hat eine Weste nicht genommen. Ja, ja. Ich bin nur. Ich hab ne Kamera getroppt. Okay. Dings ist einer Billardtisch. Machen sie auf. Ist der hier Tisch aufgesprengt? Hinten über Stripclub kommt wahrscheinlich einer. Ne. Der hängt am Dach. Nicht nur ist am Fenster. Ja. Twitch Drohne. Wo ist denn die? Ja, ich muss nicht so sagen. Habt ihr sie? Nein. Der war auch nicht von mir. Magier kurz. Dafür mach ich per Drohne. Lichtkontakt zum Ziel. Jetzt hab ich's. Ist die beide noch draußen, oder? Waxe. Ja, ja. Die sind beide noch draußen. Möcht ihr noch mal? Oh Gott. Wer hat denn dich gekillt? Blackbird. Okay, haben Kamera entdeckt. Einer ist Inshot. Einer ist drin. Blackbird. Genau jetzt kommt der von oben. Machen die Room Open, Alter? Die schweißen irgendwas aus. Also hier. Der Dropper, ja. Oben, äh, Ibaner ist im, im Fitnessraum. Ich kann aber leider nicht hochgehen, weil das Fenster aufkommt. Das sieht man dann. Die müssen rein. Nicht raus. Ich lasse ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Ein, den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters abhalten. Wo sind die? Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgut... Rechts. Oh, billiertisch, billiertisch. Links, sagst du, du hast ihn gesehen? Ganz nichts. Oh, wunderbar. Oh, schade. Du hast ja aber mal in das Magazin gegönnt, oder? Jetzt. Ohohoho. Wow. Die wollten Zwischen. Kam noch einer. Oh, bitte. Hey, der eine lacht uns aus, da macht sie. Lass'n lachen, der geht auf der 40-Zone schwer. Den Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters finden. Oh, was für'n's ist? Der Rase ist hier. Äh, boah, ist das nicht über der Brau. Ich bin in Sachsen Gaming, Alter, ich kann schreien, was ich will. Äh, oben, wo's vor'n's Leverage im Raum. Naja, Money-Room. Ah, die sind wieder oben in den Schlafzimmer gezeigt. Und Schlau-Sonder. Aber... Mh. Fünf Sekunden. Haben wann, äh, noch Granate aufgepumst? Ja, ist erlaubt, ist erteilt. Was anderes... War da, ne? Das war von Money rum raus, oder? Kommt dran. Ja, deswegen wundere ich mich so. Er ist hinten, wo die Bombe ist. Ja, hier. Wer will sich hier rausrennen, oder? Wo ist denn das Loch unter euch? Unter dir, Tau-Tau. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ihr könnt die... Geh mal... Ne, hier sind nicht die Drohne. Ja, wenn ihr jetzt Rapper gesehen habt... Scheiße. Wenn da einer stehen geblieben wäre, hätte er den machen können. Durch die Luke. Ja, da drunter. Ja, da drunter. Mach die bereit, ich mach hier. Bei mir bleiben. So, wie jetzt zieh ich. Scheiße, ich bin das rein. Garage ist wieder auf. Mach hinten die auf, Wendy, warte mal kurz. Ja. Blockiert. Weiß nie, ob... Siehst du da drinnen was, Wendy? Äh, ja, da muss eines sein, weil die hat da ein Loch reingeschmissen. Warte mal kurz. Versuch mal hier irgendwie unten wegzuballern, weil es ist ja nicht verstärkt. Womit halt der Schloss an der Seite. Hab ihn. Okay. Ja, ja, die haben wir. Ja. Vor mir. Links von mir. D4. Nein! Ach maaaann! Tau-Tau? Ja. Gut, vergiss es. Da rennst du noch einen Kilometer weg und wirst trotzdem... Wo ist der hinglauben? Da sind wir noch da drunter. Haben ihn. Hey. Ich denke dann... Kev ist immer noch hier irgendwie unter uns vermutlich. Ich hab noch keine Ahnung wo. Da wo ihr aufgemacht habt, okay. Da ist einer. Hast du ihn gesehen? Ja. Da sind noch zwei drin. Hat mich gekillt. Ah ja. Puh. Richtig dreckig. Links und rechts. Ah, es wurde ja auch einer von uns verhört, oder? Echt? Echt? Ja, irgendeiner wurde doch gemessert, oder nicht? Nee. Mhm. Die wurden so getötet. Nee, nee. Sachse wurde so getötet. Also gemessert. Ja, aber... Randy hat einen gemessert. Ja, aber kriegst du dann... Nee, Randy wurde... Kriegst du dann... Oder gemessert. Da war keine Anhörung. Keine Anhörung. Du kriegst ja immer halt, dass der Raum offen war. Du hast ja auch nichts verbrochen, Randy. Oder? Zähl mal. Och. Liegt lang zurück. Anzeige ist raus. Okay, ähm. Das grüßt mal hin. Ah, jetzt bin sie... Ich wollte Tauta laden. Ich weiß nicht, warum. Mal arg. Irgendwas musst du verbrochen haben. Ja. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahr-Mut-Behälter schützen. Lange nicht. Ja, und ich will den Bio-Gefahr-Mut-Behälter schützen. Gute, die drohen sind raus. Die drohen sind raus. Oh, da kommt der Wandfair. Auf geht dran. Haben wir noch eine Wandfair hier? Ich hab keine mehr. Die drohen sind nach vorne. Die drohen sind nach vorne. Da brauchen wir noch irgendwo hin zu sein. Eine Drohne habe ich gerade gemacht. Ja. Wo hier gerade drin rum. Neue Übertragung aktiv. Ach, bei mir ist eine Drohne. Bitch Drohne, komm Treppe hoch. Und da kommt auch den gleichen Typ hinterher. Alter. Alter, ich habe den dermaßen in die Fresse geschossen. Kommt noch einer. Hilfe, Hilfe. Ich bin hier. Hey. Och Gott, der Spell, Alter. Was war denn das für eine Nummer jetzt? Na über. Nachladevorgang. Also eigene Löcher. Zu Tode geschockt. Ich bin gerade in der Schock. Oh Gott. Denkst an, Leute. Effizienz ist kluge Faulheit. Oh Gott. Irgendwas bewegt sich hier beziehungsweise wechselt Waffen. Bei mir. Ich höre es auch immer mit Drohne, Kamera und Waffe. Auf jeden Fall noch was auf dem Dach. Auf jeden Fall noch was auf dem Dach. Also beziehungsweise auf dem Vordach. Hat mich gekillt. Ich habe dann nicht mehr viel Leben. Aber voll geschockt ist natürlich krass. Ja, ja. Oh fuck. Ja, okay. Du kannst auch noch mehr als genug sehen. Hier auf dem Vordach. Lass. Der Incher? Nein. Nein. Hörte ich aber schon lange. Wuppen auf dem Dach. Ist markiert. Geht jetzt rein. Ist drin. Fautor muss sie beilen. Fautor muss sie beilen. Fautor muss sie beilen. Ach schön. Schön, Renny. Wolltest du denken, dass hier ein Game Rückspiel ist? Oh. Die haben wir vorne zu. Die wird zerferstet. Komm, die holen uns auch noch. Ja. Ja. Ich würde auch da oben sehen, wenn die mit der Garage das gleiche Spiel machen. Wir sind einfach schnell und nein. Wir sind einfach schnell und nein. Ich höre hier doch schon wieder was. Äh, die hatten ein paar. Quatsch, die ist das normale Bauch. Ne, normale Bauch ist das. Ah verdammt. Die haben einen Keller zu Hause ausgemacht. Schafft er es noch? Er hat es noch geschafft. Noch 10 Sekunden. Ne, das war nichts. Oh lol. Also komm, es ist ja auch einfach. Weiter zum Standort des Geo-Gefahrgut Behälter. Legt dran, Puls. Ja. Und die haben einen Keller aufgemacht. Outside. Das ist Haupteingang. Nein, das ist noch dahinter. Küche. Pass auf beiden Seiten weg, ja. Hm. Gut hier. Hm. Was ist, das kommt dran? Das war ich grad. Ich fahr mit der Drohne rum. Die Jäger liegt hier und ein Tier auf das Fenster. Ja. Da ist er. Down. Gut abgelenkt mit der Drohne. Danke. Ich hab direkt geliebt. So. Ich mach die Pfotze nach unten. Was ist da noch mehr? Ja. Holz. Oh fuck. Ab. Hast du ihn? Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Haupteingang. Hab ich was gesehen? Ja. Flieger in der Farbe. Hinter dem Tresen. Im Tresen drinnen, ja. Ich glaub dein Brandpfeil ist noch geflogen. Ja. Aber er ist nicht verbrannt. Ich hab ihn mit dem Pfeil gekillt. Was? Ein direkter Treffer mit dem Pfeil. Ja. Pass auf Haupteingang war noch was. Richtung Garage. Ich kann hier auch rauf machen. Äh. Wendet an der großen, an dem Projektor. Deemer oder? Hinterm Tresen. Genau. Bei dem Deemer oder so. Das ist nicht ganz richtig. Weiter links, Mann. Da kommst du nicht hin. Aber du kannst so. Ein E-Gner übrig. Da war ein Tresen immer noch? Man kann ja mal gucken ob rein. Man kann ja mal reingehen. Es ist ja fehlt ja immer die kleine. Cavera ist noch unbekannt. Cavera ist unbekannt, oder? Einer könnte ja mal tappen um zu sehen ob sie drin ist. So ja. Warte ich mach. Nämlich gar nicht da. Die kommt dann von. Doch jetzt ist sie drin. Ja hinten rechts. Oder als Projektor. Oder Haupteingang. Haupteingang. Äh links noch Projektor. Jawoll. Wui. Schön. Viel Unter. Dafür das da bei Fuse Ladung durch hinsieht das noch ganz leer ist. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Runde. Schöne Runde. Aha. Es ist nicht mehr. Sachsen ist hier heute. Ich weiß auch nicht. Generell. 6 kills hier. Und trotzdem nur 2. Ja. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr alle vorbei ist in der Videobeschreibung. Bis dahin. Tschüss. Ciao.